So, wo sind wir? Richtig, da habe ich kein Licht. Ich hat das Licht ausgefallen, man sieht deswegen mich auch nicht. Und ja, ist auch eigentlich vielleicht egal, wo ich nicht zeige. Doch, hier ist das Licht. Wir sind mit Leuten unterwegs, mein Gastwester. Das Silbert. Das ist so viel. Denn es ist der Kolmado, der hat Licht. Und ja, das ist das Haus. Ja, hier ist schön. Ich weiß, wisst ihr Bescheid. Seht ihr hier auch gar nichts. Hallo. Hallo. Grüße von. Wie? Grüße aus Grüße von. Sehr einfach. Hallo. Hallo aus Republik Dominikain. Was ist die Dominikanische Republik? Dominikanische Republik. Mein Name ist Carmen. Schwester. Bruderchen. Mein Bruderchen. Mein Bruderchen. Mein Bruder. Mein Bruderchen. Sofia. Mein Ami. Amiga. Ami. Freunden. 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 Dominikanische Republik. Hallo. Hallo. Guten Nacht. Eins, zwei, drei. Ich liebe dich. Wir haben einen schönen berlinerischen Akzent. Ja, man sieht jetzt noch ein bisschen was Tolles hier. So ein Viertel. Kein Licht. Gar nichts. Wir waren gerade bei Gilbert und haben ein bisschen Domino gespielt. Wir waren im Kino und haben den Film, ich kaufe ein Zoo, Aibaizu geguckt und das war eigentlich ganz so schlecht. Ich fand den cool. Ich will jetzt auch in einem Zoo leben. Und ja, ihr seht mich jetzt nicht. Egal, ihr könnt mich hören. Das so, was ich jetzt auch sehe. Na gut, ich sehe ein bisschen mehr. Aber egal. Ihr seht jetzt also, es gibt doch wieder Licht. Es sind jetzt... Ich hab mal in einer coole Uhr, da könnt ihr euch auch sehen. Scheiß könnt ihr nicht sehen. Es ist jetzt 20 Uhr, 18 und 57 Sekunden. Nö, am Straßen ist irgendwie... Wir standen jetzt 5 Minuten ohne Licht. Nicht jetzt besonders viel, aber... Erlebt man nicht alle Tage. Na gut, ich hab's schon alles erlebt, aber... Jetzt habt ihr's auch mal gemacht.